Moin Leute! Wollen wir uns doch ein bisschen in dieser Perspektive hier am Sturm? Uuuuuhh! Süße Raum! Uuuuhh! 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 Jetzt Stunde gegen Stunde! Uuuuhh! 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 Da vorne ist mein Schlitten. Uuuuhh! Uuuuhuuh! Alter das war... Das war krass. Da bin ich gerade runter gekarrelt. Das hat echt ein bisschen weh getan. Aber mir geht es wieder gut! Aber anderes Thema Leute. Denn ab morgen ist es endlich soweit. Man kann die Donnerbox vorbestellen. Sorry war bisschen nervös. Meint ja natürlich Donnerwetterbox. Ab 10 Uhr gibt das ganze auf Paluten.shop. Könnt ihr gern vorbeischauen, falls ihr noch ein Geschenk schon mal für Ostern braucht. Ich hab Mini Paluten jetzt auch schon hier diesen Schal, der dabei ist, angezogen. Ich finde, das steht ihm eigentlich echt gut hier. Am Start ist natürlich noch hier mein neues Buch, persönlich von mir unterschrieben. Dann mein erstes Paluten-Puzzle und ein Stickerbogen, sowie ein kleines Lesezeichen. Alles ab dem 26.02.10 Uhr auf paluten.shop. Und ja, das Ganze ist limitiert auf insgesamt 10.000 Exemplare. Denn in der Box ist, wie gesagt, hier diese limitierte Donnerwetter am Mount Schmeveres der Bruchedition. Habe ich da gerade gelispelt? So Leute, sorry fürs Stören. Jetzt geht's aber los mit dem Video. Alter, ich hab diverse Verletzungen an meiner Hand. Ich weiß nicht, ob man's so ein bisschen... Durch den Mörder? Nee, also so blöd, durch Autogramm, durch Karten. Ich schneid mich da dran. Die sind so messerscharf, weil in den Karton... Ich glaub, in der Wildnis überlebe ich nicht lang, wenn ich hier schon halb verblute. Da, hier, das ist so ein unangenehmes Ding, weil das ist so eine Kante. Und die geht halt immer auf. Also, weil man die Hand ja sozusagen benutzt. Das zinnert mich an die Situation, wo ich einmal mit dem Einkaufswagen umgefallen bin. Ähm, und... Also, ja, kennt... Was ist passiert? Maudado verluten, hab gestochen. Aber warum? Oh. Warum tut er so aus? Maudado, nein. Halt, stopp. Ich möchte leben. Ich möchte leben. Wie... Wie Maudado... Oha. Wie Maudado auch einfach alle ignoriert hat. Er ist einfach nur auf Mängel zu, wie so ein absolut geistig Kranker. Weil ich dachte, ich kann ihn überzeugen. Alter, Maudado. Du weißt nur nicht an deiner Tastatur, du weißt wieder AFK. Nein. What? Soll ich dann wissen, dass du kommst? Nee, Mängel ist nicht so einer. Mängel geht nicht AFK während einer Folge. Palenno macht das vielleicht manchmal. Vielleicht das ein oder andere Mal bei Satisfactory. Auf meinem Kopf. Wo ich vielleicht auf mich, auf den Kopf von Mängel gegeben habe. Das spielen wir wieder, sobald ein Update kommt. Danke. Ach so, ja, sobald ein Update kommt, spielen wir das wieder. Genau. Und sobald Mängel und ich wieder Lust auf ARK haben, kommt auch wieder ARK. So, das können wir euch auch sagen. Gibt es sonst noch irgendwelche... Und bei Ruff ist kein Update rausgekommen. Ja, kein Update. Sonst noch, Maudado, hast du irgendwelche Projekte, wo du auf irgendwas wartest, was viele fragen? Wann kommt Goose Game? Goose Game kommt heute. Oh! Oh! Arrraau! Aua. Oh, Maudado. Oh, Mann. Oh, Mann. Der hat doch so viele Kills. Oh, ich bin unsichtbar. 16. Also 16 Kills? Ja. Es ist auch nur noch ein Unsch... What? Yo, wenn der das jetzt nicht schafft, ey. Der hat vier Leute. Was ist das für ein Anime-Charakter, der... Oh. Welcher der beiden? Äh, der mit den pinken... Äh, nee, mit den türkisen Haaren. Der sieht so ein bisschen aus, als wäre der... Oh, Alter, der wartet jetzt hier. Weiß nicht, der hat so ein Galaxie aussehen. Aus wie so Minecraft, TryHard, PvP-Skin. Oh, so, so. Ja, stimmt's. Echt? Ich dachte, dass der sieht so ein bisschen anime-mäßig aus. Passiert er bitte an... Oh, da liege ich. Das sind ihr Haare. Der ist reich. Der ist reich. Ah, der hätte ja auch irgend sowas auf dem Rücken. Sag mal, da flutscht... Da wird Maudado... Maudado wird gerade geflutschtfingert von so einem Kompass. Oh, wir haben gewonnen. Als ob der noch verliert. Maudado rasiert alle weg und dann kriegt er nicht mal den... Aber, hä, wie ist denn der gestorben? Ich hab eigentlich den einen... Bung, Bung Schuss. Achso. Schade eigentlich. Naja, was will man machen? Ja. Mal verliert man und mal verliert man. Moment mal. Moment mal. Hat da Zomay gerade gegent? Ja. Ich hab das... Ich hab das auch so ganz leise im Hintergrund gehört. Zomay, langweilen wir dich etwa? Sind wir so... Ist es so schlimm mit uns? Dass du jetzt hier schön einen weggehst, oder was? Nein. Dann ein kurzes Malent. Naja, ich denk gerade an die neuen Destiny-Inhalte. Oh, kommt da wieder was raus, was Neues? Ich denke nur an das Goose-Game-Video, wann das endlich kommt. Oh, ja. Und das... Seit zwei Wochen wart ich schon wieder. Ich muss sagen, das war auch... Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch auf jeden Fall mal die Goose-Games-Sachen da an. Fand ich sehr schön. Das Game passt auch so perfekt zu Maudado und Manuel. Auch mit den dann... Mit diesen Augen, die dann da drauf gemacht... Warum schaut Maudado traurig aus dem Fenster? Ja, ich veröffentlicht gerade mein Goose-Game-Video. Nö mal, was ist denn los hier? Was soll denn die Scheiße, Maudado? Ja, führt's an, ey. Du bleibst jetzt hier stehen. Okay, ich komm zurück. Ich geh ans Fenster und guck nur noch raus. Oh, jetzt ist der, ey. Oh, Scheiße! Nein, Scheiße, das ist... Oh, ne, jetzt hat er... Oh, der schwimmt. Da ist einer, der... Äh, Palou hat ein Schwert übrigens, ne? Manu. Nö. Achso, danke für die Info. Bitte. Aber er lässt mich. Er lässt mich, ja. Nö, ich mach nix. Ich würd gern mal eine neue Taktik ausprobieren. Die lautet... Hallo, warte! Nein! Hä, die neue Taktik wäre gewesen, dass du einen Bogen ziehst, Alter! Nein, ich hatte keinen Bogen, ich wollte mit dir reden! Ach, du wolltest nicht... Ich wollte sagen, halt, stopp! Ich möchte leben! Und dann hätten wir darüber geredet. Ja, das hätte... Oh! Alter! Warum kommst du genau um die Ecke? Ja, ich weiß nicht! Ich hatte irgendwie zwei Gold und keinen Bogen. Ich fahr... Warum steht Manu seit zwei Runden AFK rum? Ich bin nicht... Ich bin doch in ihn reingelaufen! Ey, Meni hat sich bewegt! Der war mal unter... Da will er... Sagt der, der Fenster steht, um sein Video zu veröffentlichen. Ich bin grad stressed. Das merkst du richtig gut. Also, ich fahr... Ich fahr keine Sekunde AFK, Alter. Das ist unglaublich. Das ist wirklich meine... Weißt du, wenn man... Wenn man euch hat, da braucht man... Da braucht man keine Feinde mehr. Du hörst jetzt mal deine Schnauze, ne? Oh, ne, da ist jetzt... Okay, Pannele... Oh, Scheiße, das hab ich grad... Oh, ich hatte den auch noch schön im Bogen. Oh, mein Gott, war das knapp. Oh, geblockt. Jetzt kein Turnaround, kein Turnaround. Ne, ich hab... Der High Ground. Ich wurde aber gerade ein bisschen... Ah, ne! Oh, mein Gott, so spritz! Wie viele Kills? Tausend. Elf, aber der andere ist auch gut dabei. Okay, okay, okay. Aber ich kann jetzt nicht switchen. Alter, neues Maudado-Video, ich guck das jetzt. Echt? Ich auch. Ich hab gewonnen. So, Leute. Ihr müsst gar nicht mehr Maudados-Video gucken, weil ihr könnt das jetzt bei mir hier. Ich zeig euch das. Hättest du's mit Mandy rein? Ihr könnt jetzt hier... Ist ein super Video. Woher kommt die nächste Folge? Das ist die letzte. Was? Oh! So, fünf, vier, drei, zwei, eins, einer, zwei, Palle. Joost, da sind wir dabei. Wo ist der nämlich jetzt wieder instant kill, dass ich die ganze Runde nicht sehe? Meint ihr, das ist ein Bug? Muss der, oder? Ne, ist ein neues Super-Feature bei... Komm, hol dein Messer, hol dein Messer. Ich hab... Ja, nee! Das hätte ich nicht sagen dürfen. Direkt weggeklappt, oh, direkt, oh, ey. Oh, oh! Opfer! Der hat ja nicht mal den Bogen gespannt, da war ja gar keine Reaktion. Oh, Alter, wie er da gedroppt ist. Krass, oder? Krass, oder? Slash den. Ohne Mist, den ganzen Tag Minekraft spielen, hat sich ja nicht gelohnt. Und, wow! Absolute Explosion. Ich wurde angeschossen. Du hast aber echt Glück gehabt. Glück oder Skill, wo ist denn einer? Das darf ich dir nicht sagen, sonst kommt... Hä? Miss Thief? Die bessere Kurven! Aber wo ist denn mein Erzfeind? Äh, null. Null hat der gekillt. Ach, der ist schon down? Ich hab keine Ahnung. Ja, ist er. Tief durchatmen. Maudado, komm, komm. Wie machst du das? Ich guck mal, wo Maudado kämpft. Er, sag mal, wo er ist. Ja, er kämpft. Er kämpft nicht. Doch, doch, ey, er steht nur. Dann sag mir, wo er ist. Er steht nur, ey, Toilette. So typisch, ey. Ja, da kämpft er. Und die geht dann den ganzen Tag auf Toilette. Ups, wo ist denn, Manu? Komm auf rum, mach Sport. Ich guck mal. Unten in der großen Halle ist er. Er hat gerade ein Messer aufgebrochen. Boah. Double Kill? Wie krass war das denn? Ich hab ihn nicht mal gesehen. Von unten nach oben. Von unten in deinen... Hä? Warum hackt Manu? Alter. Das sah wirklich normal aus. Aber es gibt noch eine Falle, die dir gestellt wird. Mal gucken. Ob du dem Ganzen dich entziehen kannst. Was ist denn? Das ist doch... Ja, ich glaub... Ah ne, der. Die Person. Das wird schwer. Bleib kurz stehen. Ich will in dich rein. Oh, ist denn hier einer? Maudado? Okay. Das ist eine merkwürdige Anfrage. Tappst du wieder rein ins Spiel, Maudado? Was? Oh, Menni. Du hast nur noch anderthalb Minuten Zeit. Anderthalb Minuten. Oder du hast es verloren. Ich bin ja am Scheißen, ne? Ei, ei, ei. Also, ich fühl mich langsam... Alter. Das war der, an dem du vorbeigelaufen bist. Achso. Hätte ich dann befolgt. Eine Minute noch. Aha. Also, ich guck noch mal mir die Leute an. Aber ich... Eine Person ist noch ein bisschen am Campen. Die andere läuft rum. Alter, ist ein bisschen am Campen. Also, der Nino campt ja ultra. Ja, dann sag doch! Ja, aber es ist ja nicht der Letzte. In der großen Halle unten. Heißt, dass wir gewinnen? Ihr werdet so ausfangen. Ich sehe keinen. Da, wo man die Ranken hochklettern kann in dem Raum. Keine Ahnung, wovon du redest. Ja, da, da. Genau, rechts. Geh rechts. Da, rechts rein. In den Schrank da. In den Schrank rechts. Da oben. Was nennst du Schrank? Ach da. Als ob. Wie hart kann man denn campen? Ja, ich sehe keinen. Naja, die... Also, die eine Person bewegt sich und die will dich, glaube ich, auch finden, aber... Ja, ich sehe... Ich sehe sie auch. Die müsste hier irgendwo sein. Oh. Ja, ja, da. Ja, ja, da. Ja, toll! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab 19 Kills gemacht! Ja. Leider zu wenig, Menje. Okay, ja, sorry. Einfach zu wenig. Sorry. Das ist einfach ne... Sorry, das ist ne einzige Enttäuschung. Ich bin holler unschuldig. Moin, Leute, Moin! Bleibe so lange wie möglich am Leben. Moin, Leute! Moin, Leute! Moin, Leute! Moin, Leute! Herzlich willkommen zu ner neuen Folge von Minecraft Murder! Ich bring dich um. Heute mit meinen superbestesten Freunden, Menje. Hallo, ich bin elf. Er ist elf. Und dann zusammen mit meinem Freund, superbestesten Erpennascher Maudado. Heyo! Und meinem super Donut Kaspar Tombey. Hallo! Und heute gibt's ein bisschen... Du mein Kaspar. Ja, wie war's denn? Hast du was... Hast du was... Guck mal. Oh, jetzt... Jetzt hast du mich herausgefordert. Das war ne Herausforderung. Ja, schieß mich. Ja, schieß mich. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ah, er hat mich gewonnen. Und hier hat jemand Obama auf seinem Rücken. Hier ist Obama... Hier ist Obama auf nem Skin. Oh, da... Der hat nen Bogen. Oh, jetzt... Ich hab Luft im Bauch. Das war jetzt blöd. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist ein bisschen primitiv und unpassend. Aber ich muss kurz die Luft aus meinem Bauch rauskriegen. Ja, tut dir richtig leid. Jetzt ist wirklich so gut wie alles... Oh, es hat geknackt. Der Mörder? Oh ja, ich glaub hier unten war das. Graue Haare... Nee, doch nicht. Grau, schwarz, weiß gekleidet. Graue Haare, schwarz, weiß gekleidet. Creeper 428 mit so roten Augen. Kann sein, ich hab die Augen nicht gesehen. Ach so. Entweder Obama. Mein Rubors können's auch sein. Das ist so geil. Der einfach Obama... Habt ihr noch nie gesehen. Guck mal, der hat... Der hat ne Bogen. Der ist ja glücklich. Oh! Der hat nen Stick. Ganz schwarz gekleidet. Der Stick müsste... Müsste Murderer sein. 100% Ganz schwarz gekleidet. Ja. Und sogar mit schwarzer Kapuze, die oben ist. Hier liegen auch Leute im Dreck. Oh Gott, ich glaub da war er. Ja, ja. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Sehr nice. Ja, aber hier steht... Einer von den Mördern wurde von Turbobob. 4, 5, 6. Das war's oder nicht? Nö, ich hab nen Kill gemacht. Ich leb ja auch. Das hat er sich umgenannt, Manu. Turbobob. 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 So, den anderen Mörder hab ich ja schon mal gesehen. Ja, wie sah der aus? Grau, schwarz, weiß. Grau, schwarz... Grau, schwarz, weiß. Hier ist einer grau, schwarz, weiß. Mann, ich will Obama sehen. Wo ist der denn? Ne? Das war der andere Mörder. Achso. Okay, ich bleib bei Zombie. Zombie macht... Ne? Ja, Zombie erkennt den wahrscheinlich auch. Deswegen bleib... Bleib bei dem. Ich hab ihn verloren. Genau, wenn du gerade hier unten lang gelaufen. Ich seh einen Engel. Ich seh auch einen Engel. Nein, ich bin's. Oh, ich hab... Wer hat denn da gerade geschlossen? Da, 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 da. Ja, wo? Wo denn? Da, da, da oben, da oben. Da, ja, mach, mach, mach. Yeah! Ich war nicht mehr sicher, aber es war's. Let's go, Zombie. Einfach. Ja, Helden, absolut cool. Und auch Zombie. Der hat den... Der hat den... Killer Instinct. Ah, es war Creeper 428. Ja. Ja, nice. GG. Okay, Leute. Das war's mit der Folge von Minecraft-Mörder-Gilpi. Zombie und Mordano sind natürlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie der Paluten-Shop. Hier sind jetzt auch noch ein paar Videos. Genauso wie der Team Paluten-Kanal. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.